ja Lohmann da hat er sich begrüße euch bei über und hier weiter geht ich muss gerade wollen wurde letztes mal stehen geblieben ihr macht euch gut Meister aber es gibt immer noch mehr Böses zu tun dann kommt man doch gleich mal erstmal hinsetzen voll swag eck so denn es sei mir und du anzubieten erst er ober die Stadt von Nordberg das heißt ich die Feierbarriere war oder nicht schon mal gleiche Sitzmau für heute scheiße ich hätte nicht so viel aufnehmen sollen und nicht um alles muss so vor die Popo halt ja so die Bauern haben also recht der Zauberer ist zurück glaub ja nicht dass du hier reinkommst meine Truppen werden dir und deine Rattenarmee den Garaus machen dann verlass dich drauf das mag vielleicht ein Provinznest sein aber es ist mein Provinznest ist das klar meines formieren Männer zeigt was in euch steckt diese Menschen lassen sich genau wie Schergen leicht manipulieren der Anführer ist der Schlüssel der seitigt ihn schergen kein mein Held unsere Roten werden die Barrieren innerhalb kürzester Zeit beseitigen bald könnt ihr Rache nehmen ja aber erstmal äh da müssen wir den da einnehmen ok ne der ist irgendwie so so kriegt der Schaden haut drauf da komm um woher kriege ich jetzt Mana oder kriegt der auch so Schaden ich weiß es nicht doch der kriegt so Schaden alles klar okay und ab ins Getümmel so gefällt mir der Overlord richtig gut wie so ein kleines Strategiespiel seht sie euch an wie sie umherlaufen ohne Ziel und ohne Rast denn du bist hier nur zu Gast was für ein schlechter Wein oh verdammt du kannst nicht vorbei so und schon haben wir das erste Hindernis hinter uns und damit holen wir auch noch die Roten hallo ok ok aber nicht besuchen und weg mit der Barriere und es ist sehr schwer mit einem Spitzenstock im Bauch für Angst und Schicken zu sorgen ok ich renne einfach mal hier lang äh und lasse alles außer Acht da so eine Kiste mach jetzt schon was 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 und das das Scheiße wurde von nein das war keine Falle aber schießt hier ich sehe auch was ok 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 äh nein das war nichts da kommen wir nicht hoch jetzt überlegen überlegen was wir machen nein Prozent Prozent er sagt nicht nur die ganze Scheiße nochmal machen weh alter weh ist das jetzt es ist doch jetzt ein Scherz oder also das finde ich ein bisschen scheiße so diese Schwächen oder benebeln was auch immer man kriegt ey das hat der nicht einen Checkpoint gemacht also das ist doch echt nicht mehr normal so und mit dir links rechts und nach vorne stopp doch mal bei ist das war kein mal noch mehr ich weiß wie der Schlacht ich glaube ich hab das Prinzip verstanden aber jetzt irgendwie nicht ich werde kein Schaden doch jetzt doch vielleicht da oben mal lang weil unten sehen wir ja geht es nicht weiter wie gesagt wir haben das Spiel noch nie spielt also äh jetzt wird das nicht übel jetzt leiden da so und das zweite Mal habe ich euch das zweite Mal ins jenseits befördert und du auch noch da auseinandergefallen hier liegen noch Equipteile rüstet euch mal schön aus hier liegt auch noch was da hat da da nicht da nimmts mal wenn dort hat und da war damit dann hält mal ein Koppel und diesmal gehen wir nicht unten lang weil das sieht gefährlich aus aber dass man gleich die ganzen Sitzende nochmal neu machen muss also das ist kacke dann versuchen wir mal da lang muss der andere der erfreut sich an einen gegenstand na dann können wir doch wie rüber gucken und sieht doch wie ja besser aus mal noch die Viehkarte kaputt so Feuer aus ein hat Feuer und das zieht uns ganz viel ok da haben wir ein Gegenstand was doch immer das ist ja guck mal das zeigt doch hier oben an und nicht unten da sind wir falsch gelaufen Mensch du kannst auch gar nichts wenn das der Overlord wüsse aber auf der Karte finde ich toll dass die äh stärkenden Farben eingeteilt sind so gelb rot blau grün ah so wie so ein kleines Farbenspiel aus dem Schmiedestein könnt ihr neue Schmiedeformen freischalten Gunther wird sie freuen hehehe ich freu mich auch du kleiner Spasti ich kanns auch mal normal reden oh ja haben wir schon wieder einen naja sieht der kriegt auch so Schaden aber machen wir den mal ein bisschen besoffen so dann dann Attacke lalala lalala und rein ins Gemengel äh ins Getümmel meinte ich ja das ist ein richtiges Overlord obwohl wir eigentlich auch böse sind hier rüstet euch nochmal aus meine kleinen Katzen aha was hat der da jetzt auf was das sagt ah hier der den Helm von dem so okay wenn ihr mehr nicht braucht dann gehen wir weiter Menschen ertragen es nicht wenn ihresgleichen brennt das liegt am gestand also nutzt eure Roten für ein schönes Feuer okay dann schmeißt mal was drauf äh hallo hallo äh äh werft ihr mal was hä warum werft ihr nicht das sind doch Feinde das sind doch Feinde eeeh oder was muss ich den Kommandanten ne das geht doch gar nicht ach jetzt werfen die na dann zeigt mal was ihr drauf habt verkokelt jeden Einzelnen bringt sie zum Brennen ich will Feuer sehen ich will das Feuer sehen aber diesmal blinken auch die Sachen weg das ist cool ich glaub die brauchen ne Weile ne 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 ja legt da nicht mehr den Overlord an aber ich würde mal woanders hinstellen und zwar hier ne 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 komm raus da ich glaube nachkommen die nicht mehr das wäre ein bisschen sinnlos wenn die jetzt sag ich mal nachs bauen weil das geht weil das geht das geht nicht nein das wäre verboten das will ich nicht das scheiße das klug war das ich weiß es nicht auch wir verlieren eigentlich nicht so viel Energie ich finde so scheiße es ist noch etwas zu hauen kann weil das kann ich mit meinen Daumen nicht so lange mit so doll so drauf da den kleinen Fettsack machen man mal kaputte mit seiner goldenen Rüstung der hat aber auch den Busen ich glaube ja ich wollte gerade seine Zeit kann man kaputt man guck mal da liegt so viele Sachen rüstet euch ruhig mal aus ihr klein schlauermäule äh schlauermäuche meint ich so da kommen wir ja weiter doch schon aufgekissen hat's geschmeckt okay dann gehen wir weiter äh wo denn auch hier unten war das das war eben noch gar nicht oder hab ich blöde ja was ist denn das sie drehen sich im Kreis okay was hat das so bedeuten na ich hab ne Idee hä das war ja wir auch die hier gleich Geschichte ich merke jetzt ach doch jetzt laufen sie weg ja ja sei das messfäh ich kann euch annehmen ne das geht nicht kommen da liegen noch teile nimmst sie mit in der Nähe und so durchfühlt er wird das zusammenbricht nachher ihr schlaft abtagen das nicht vor Ort so oder braun wie sie mann erschienen was zum Glück haben okay jetzt gucken wir mal weiter ach um diese war anfangs hochgelaufen also abgehauen diese schöne Winkler die ich in Winkler die Stadt die wir jetzt nun befreien und wir haben die Baller sind passend lässt ähm äh flankiert was zu viel heißt wie von der Seite angegriffen versucht die Stärken in diese Maschine zu schicken die Stärken in diese Maschine zu schicken ja versucht mehrere Soldaten gleichzeitig aufzuschließen auch Oh, daneben. Weiter runter. Ey, noch weiter. Ja, die Steuerung. Die ist so empfindlich. Ich glaube, wir können lange schießen. Boah, diese Sch... Das ist echt... So, da haben wir die aufgelöst. Oh, diese Steuerung. Ey, glaubt mir, die ist nicht einfach. So, nachladen. Feuer. Feuer, Feuer. Die kommen da immer oben wieder neu raus. Okay, kommen wir wieder weg hier. Die machen wir so platt. Aber dat machen wir es in der nächsten Folge, Freunde. Bis dahin. Hahaha. Hahaha. Vielen Dank.